Ende Juli finden die traditionellen Gaufeste des Chiemgau Alpenverbandes statt. Beim Gaudirndeldran herrschen strengste Regeln. Etwa 100 Dirndl treten gegeneinander an. Kritisch bewertet werden unter anderem Asquand, die Haltung, die parallele Haltung der Schuh zueinander, der ideale Tanzkreis und das perfekte Einfangenlassen des Madls vom Burm. Die Haltung der Schuh zueinander an. Kritisch Die Haltung der Schuh zueinander an. Kritisch Die Haltung der Schuh zueinander an. Kritisch Betreuung Die Haltung der Schuh zueinander an. Kritisch Mit der Teure ist nicht der Ende, aber auch das wird es nicht so gut gehen, aber jetzt sind los. Die Hunde, 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 die Ja, jetzt.